So, ich habe noch ein bisschen Zeit. Eigentlich habe ich schon längst keine Lust mehr. Mehr oder weniger, aber ihr wisst ja, wie es ist. Solche Spiele fesseln einen dann doch mehr als erwartet. Nehmen wir mal den unentdeckten Ort. Nehmen wir mal den Weg. ja lief doch ganz gut er den bären für mich gekillt ich habe zeug gesammelt für den oder die beiden und ich konnte ein bisschen was abstauben kann man doch nicht meckern so so numata siedlung was haben wir denn hier alles feines hole die banner zurück lasst die falten los erlangt stohlenes eisen wieder sammeln nager material töte einen gegner aus der deckung einer rauchbombe ganz vergessen ja 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 Was ist das? Oop, so. Das war's. Joa, ne? Kann man mal machen. Na kommt hier, je Lümmel. Na, 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 na. Das war's für heute. Bin ich blöd? Hier war nur nix. Hier waren nur Pferde. Wie konnte er denn nicht treffen? Wie konnte der denn nicht treffen, hm? Nehme ich mal mit. Ist gut was zu tun, das muss ich ja gestehen. Nein, komm schon. So, zwei von drei. Drei von vier. Einen Falken müssen wir noch loslassen. Das ist doch alles soweit ganz gut. Ups. War das vielleicht die Kackluke? Das war's für heute. Falk. Ach, Gott. Ach. 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 Oh Super So, die Banner hab ich Jetzt brauch ich nur noch Falken und die Gegner noch killen Das ist doch schon mal Wunderbar Die Frage ist nur, wo ist der Hier haben wir doch schon wieder einen Falken, siehste Echt? Ah ja, stimmt, das war nur Okay Kommt ihr, Jungs Schafft ihr Der eine steht da nur blöd rum Hast du die verdient, Sora Technikpunkt hab ich verdient, weil ich die Siedlung so befreit hab Ohne, dass ich da großartig was gemacht hab Das ist schon mal ganz gut Ja Coole Sache Unentdeckter Ort, machen wir gleich weiter Soviel zum Thema, ich mach nicht lange Gibt's hier irgendwas besonderes Nee, hier gibt's einen Händler Das ist schön Vielleicht hast du ja trotzdem was Einiges kennt ihr vielleicht noch nicht Wir sehen uns wieder Geht unter dem Schutz der Kami Kami Gehen wir mal da hoch Ich hab nämlich das Gefühl, dass ich genau da hin muss Warum ist hier nix? Die Mongolen haben den Wachtturm umzingelt Ich werde hier nicht mehr lange durchhalten Wer auch immer meine Leiche findet Ich habe gesehen, wie die Mongolen etwas unter dem grünen Baum versteckt haben Der von gelben Ulmen Umgeben ist Nehmt es euch und verwendet es weise Grüner Baum Da hinten Also gehe ich mal stark von aus Dass die Mongolen hier irgendwas vergraben haben Und Vorräte Ein bisschen, naja gut 21 Vorräte ist jetzt nicht so viel Aber auf der anderen Seite Why not Kann ja nicht schaden Haben sie wieder ne Ne Arbeiterin fertig gemacht Weil ich hier wirklich durch das dickige Est Gut, ich habe auf der anderen Seite Schutz Dass das nicht so viel Ich bin Da hat mich schon wieder jemanden gefangen. Welche Erleichterung. Habt Dank, Fürst Sakai. Bringt euch in Sicherheit. Seid vorsichtig. Ihr ehrt mich, wenn ihr dies annehmt. Es tut mir halt immer so ein bisschen leid für die Pferde, die ihnen halt teilweise mit drauf gehen. Wartet so viel Skillpunkte, zu schnell. Sucht mich jemand! Oh, komm schon. Komm, macht's zu Ende. Scheiße. Voll verkackt. Ich wollte eigentlich mit dieser gewonnenen Herausforderung ein bisschen aufräumen. Bin ich überhaupt richtig? Und irgendwo muss doch dieser Kack-Eingang sein. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Steht euch unkämpft! Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. All right. Oh, man. Ah, man. I want to know. ich kann es nicht okay bin halt nicht so der typ dafür ja 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 Na komm! War knapp. Ja, Pferd ist so gut. Jetzt machen wir nicht so einen Stress hier. Guck mal den ganzen Scheißen, die auch ganz anderes aufziehen. Nein, ich will dich nicht reiten, ich will das Eisen da drin haben. So. Machen wir aus den Salami. Was ist das? Ich habe so das Gefühl, dass es hier noch nicht gewesen ist. Was ist das? Ich will zwar nicht sagen, aber what the fuck. Ich will es doch eh verkacken. Ich habe doch... Was sind denn das für Herausforderungen? Ich habe so das Gefühl, ich bin nur noch nicht fertig. Die haben sich natürlich jetzt aufgelöst. Oh. Okay. Dann hat sich das doch geklärt. Ähm... B-b-b-b-bam. Lass mich mal ganz kurz überlegen, wo ich jetzt noch hingehen könnte. Eigentlich ist der Part auch schon vorbei. Ähm... B-b-b-b-b-bam. Kushi-Tempel. Alt-Toyotama-Hügel. Ja, hier sieht es eigentlich auch so aus. Das wäre mir bald so weit, ne? Hier weiter zu gehen. Weil es sieht eigentlich ganz gut aus. Rüstungsschmiedin? Ja, von mir aus. Die kann mich mal gern haben. Technik. Komm schon, wir haben drei... Drei Stück. So, wir haben alles, was wir brauchen. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir hier weiter. Aber im nächsten Part, Leute, ich will die jetzt echt nicht so lange machen, die Folgen. Das ist ja schon schlimm, nur wenn ich das bei Horizon so mache, brauche ich es wieder irgendwie. Komm, den unentdeckten Ort machen wir noch. Okay. Muss ich da jetzt hoch? Och, nee. Klettern. Kann ich ja nicht einfach links hochlaufen. Müsst du doch bestimmt auch gehen. Nee, komm. Komm, das sieht doch aus, würde ich da weiter wegkommen. Sieht eher nach was ruhigem aus. Bambus-Stand hat mir jetzt schon länger nicht mehr. Na dann. Wollen wir mal gucken, hä? Oh nein. So, L1, Viereck, 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 Kreis, L1, Viereck. Oh, komm schon. Ich hab die letzten zwei mehr wechselt. Zum Glück hat das letzte nicht gezählt, weil da hab ich nämlich auch was anderes gemacht. Und ja. Da war ich wohl. So, ansonsten gibt's hier nix, ne? Ach, komm schon. Ach, komm schon. Wenigstens irgendwas. 16 Vorräte. Ja, ich weiß nicht. Ob's das wert war. So. So. Der andere unentdeckte Ort, komm. Dann haben wir die zwei auch hinter uns. Ich werd einfach irgendwas drücken und gucken, was passiert. Ich hab keine Ahnung, es gibt bestimmt nur irgendwelche Stirnbänder. Ja. Sieht aber schön aus. Enthüllt innere Schwäche. hinzu auf das Ziel. Super! Das freut mich. So, jetzt sind wir vorhin fertig. Jetzt aber wirklich. Macht's gut, Leute. Tschüss!